Norddeutscher Rundfunk 2021 Hi, ich bin Katrin. Lass mich raten. Du studierst... Pädagogik, Erstsemester. Wildschock, Fünfsemester. Ich wohne im Zimmer 205. Na, die letzte, die da drin gewohnt hat, die hieß über Nacht verschwunden. Schon klar. Nein, ohne Scheiß. Glaubst du an Geißen? Wie viele hast du genommen? Eine. Eine? Was soll die Scheiße? Wer ist da? Was hast du mit ihm gemacht, du kranke Sau? Dieser Ausdruck auf seinem Gesicht. Ja, ich weiß. Die sind gekommen. Sie waren zu dritt. Es gibt da Zweifel, ob es wirklich ein Unfall tot war. Das hatten wir doch schon mal. Die Neue, die Ärger macht. dort sind sie auch die Tränen unter die Ausbildung. Ob Gene. Sie sind in T-JMGood kit. belkiзя ist. Wie viele mathematical, das was Geldest Nu in der kleiner enrollte�ge? Ja, ich habe diese wolves passiert einen Ausdruck. Du bake lamp und Pulverfunklärs pamię查freut zu sein. Das war wichtig, mehr das leidiert. Von Nadolny? Katrin? Ryan? Katrin?